Hallo und herzlich willkommen zurück zu Echo! So, jetzt wollen wir mal gucken, was mit unserem kleinen Killen hier los ist, weil er will nicht funktionieren und ich weiß nicht warum. Er hat hier gesagt, das ist, weil er Out of Fuel ist, aber das ist es nicht, weil normalerweise sollte er dann schon funktionieren. Und wie ihr seht, da ist Fuel drin. Haction! Aber irgendwas stimmt noch nicht. Aber er kann mir gerade irgendwie nicht sagen, was. Das ist das Problem. Ich habe keine Ahnung. Vielleicht mag er einfach kein Holz, aber das kann ich mir nicht vorstellen, weil, keine Ahnung, musst du denn dann mehr als drei hoch sein? Also, in der Wiki steht mindestens drei hoher Raum, aber der ist doch drei hoch, von daher, ich bin etwas überfragt. Hatte ich noch meinen Mortar aufgesetzt? Ich bin mir gerade nicht sicher. Gucken wir mal. Ja, hatte ich sogar. Mann, ich bin echt kluck, 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 ich bin kluck. So, äh, dann können wir den mal ganz kurz Zwischenlagern. Na komm. So, dann schlagen wir das halt noch kurz raus. Die würde ich mit rausnehmen wollen. Einfach nur, weil Fenster eh gehen. Und vielleicht, ich habe keine Ahnung. Ich weiß nicht, was ich mit dem Ding anfangen soll. Verdammt scheiße. Ähm, hm. Hm. Schwierig. Wir könnten es versuchen mit Um das Ding herum ein Höher. So als Art Abzug vielleicht. Halt. Hm. Ich will endlich Glas haben. Für Fenster. Und ich will vor allem meine Bloomerie für Eisen. Und also Metalle. Wobei, lustigerweise, ah, verdammt, mir fehlt noch ein Eisen. Das habe ich gar nicht weitergesucht. Verdammt, wir müssen dringend buddeln gehen. Nach Eisen und Co. So ein Mist. Okay, äh, bitte, bitte. Dann nehmen wir noch mal eine Schaufel. Baum. Please. Hallo. Ich glaube, Takt. Apropos, ich glaube, Takt. Den wollte ich schon länger mal loswerden. So. Habe ich hier Steine drin? Habe ich nicht. Kann ich mir hier einen Haufen Steine rausholen? Nein, kann ich nicht. Schade. Das geht mit Holz, aber anscheinend nicht mit Steinen. Das ist blöd. Ha, naja. So. Huh? Nein. Nein. Ach. Jetzt. Ofen, please. Jetzt. Hör auf. Damit. Stop it. Lass mich. Danke. Nein, jetzt hör doch auf. Was soll das? Du Kackofen. Lass mich doch einfach das Ding hier setzen. Maden. Das gibt's doch gar nicht. Okay. Lass mich hoch. Bitte. Danke schön. Nein, nein, nein. Hoch lassen. Lass mich hoch. Lass mich. Ja, danke. Blödes Ding. Blödes. Wenn ich vorwärts laufen darf, ist echt fies. So. Einmal ganz kurz verdichten. Vor allem die Ecken. Ich hab keine Ahnung, ob das überhaupt funktioniert. Oh, na, nicht fallen. Ob der Anlass eckige Räume mag. Oder ob er dann direkt sagt, nö, ist kein Raum mehr. Aber glaub ich eigentlich nicht. So, Schäufelchen noch. Na, lass mich los. Baum. Baum. Jetzt. Jetzt sind sie aber hier auch alle auf Krawall gebürstet, wa? So, okay. Steckchen, Steinchen. Schade, das muss ich immer auch, wenn man reingibt. Das ist so. Schade. So. Jetzt frage mich auch eine Reihe. Ja, ne? Jetzt wird doch wieder grad dunkel, natürlich. Ist ja irgendwie immer finster. Hat er grad mit dem Wolf geheult? Okay. Auch nicht schlecht. Gut. Gut. Ein paar Steinchen. Ein paar Steinchen. So. Einmal dichtklappen. Und... Und... Zegelstein-Pruff. Oder Mortar-Stole. Also ge... 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 Ähm... Was heißt das auf Deutsch? Also Mortar-Stole ist glaube ich... Ah. Nicht Spachtel-Masse, sondern... Äh... Mörtel. Mörtel-Steine. Aber... Sowas gibt's doch gar nicht eigentlich. Ist das ja nicht ihr... Siegelstein? Oder so? Hm. Nein. Auf jeden Fall können wir schon wieder einige Skillpunkte aus dem Fenster werfen. Das ist immer schön. Das macht Spaß. Okidoki. Und zack. So. Mein Freund. Der Raum ist dicht. Möchtest du? Es möchte arbeiten! Halleluja! Halleluja! Praise the Lord! Okay. Bloomerie! Smelting. Hab ich Smelting noch gar nicht? Ach nee, dafür brauchst du ja noch ein Eisen. Stimmt. Machen können wir sie trotzdem schon. Glaube ich. Können wir das tun? Okay. Können wir nicht. Aber ich hab auch herausgefunden, man kann Sachen schon mal in die Queue geben. Auch wenn auch gar nicht alle Sachen davon da sind. Oh, wir können Bricks machen, wie schön. Brick. Ähm. Sind die Bricks dann direkt die Brick Bricks? Das würde ich gerne mal testen. Das würde ich wirklich gerne mal testen. Kann man mal ganz kurz. Ähm. Wie sieht das aus mit Essen? Äh. Na, ich bräuchte vor allem Vitamine. Ich hab keine Beeren mehr. Wo sind meine ganzen Beeren hin? Hade ich hier nicht ein Feld voller Beeren? Nee. Weizen. Bönchen. Die sind auch inzwischen reif. Ich sollte vielleicht mal den Weg ein bisschen mit Beerenbüschen pflastern. Dann kann man nämlich da mal sich was abernten. Und es sieht gleichzeitig hübsch aus. Oder wir gucken erstmal kurz in die Skate-Punkte rein, wo es gerade eh dunkel ist und wir nicht so viel sehen können. Ähm. Okay. Wir könnten in normales Crafting. Gibt es hier unten Basic Crafting Speed. Wäre vielleicht gar nicht so verkehrt. Wobei halt, stopp. Das ist nur... Äh. Gibt es hier auch so was wie Advanced? Weil wir haben ja jetzt einiges. Aber das zählt dann nur für die, oder? Haben wir nicht noch mehr? Viel mehr Benefits. Ja. Aber das zählt dann nur für das, ne? Aber davon... Cracken wir doch eigentlich so gut wie nichts mehr. Boah. Schwierig. Efficiency. Yield. Ach, herrje, meine. Äh. Was haben wir hier noch gleich? Gathering. Erhöht. Braucht man nicht. Was warst du? Das ist der Drifter. Ach so. Das ist das Sammel-Bedönse. Da kommt ein Zug. Achtung, hört mal laut. Ah, hier. Was bist du? Workbench Constructions. Ach so, das sind die Recipes. Ähm, nee. Wobei, Storage Chest Recipe. Das... Nehmen wir mit. Weil günstigere Kisten, da sag ich nicht. Nein. Oh, wir könnten auch mal Tailoring langsam machen. Wobei, dafür brauche ich so viel komisches Zeugs, ne? Äh, ja, Mist. Quart mal, wir können mal ganz kurz bei Kochen reingucken. Battery. Muss ich... Habe ich Battery nicht schon gemacht? Verdammt nochmal. Irgendwas hatte ich doch in Auftrag gegeben, oder nicht? Ach, so viel Steine, genau, für Dingens. Butchery, vaa. Butchie, 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 butchery. Baking, Butchery. Ach ja, so viele Tiere. Das ist nicht so schön. Okay, wir könnten mal ganz kurz aber in unser Feuerwerk, wollte ich schon sagen, Campfire gucken. Um zu gucken, was wir alles so schönes kochen können. Was können wir denn kochen? Noch nicht so viel. Campfire Creations. Wheat Porridge. Das ist bei Cooking. Oh, wir müssen Cooking machen. Das habe ich noch gar nicht. Ups. Sollten wir vielleicht mal tun. Dann können wir auch ein bisschen mehr Skillpunkte kriegen. Aha. Okay, Cooking. Cooking Skillbook. Oh Gott. Okay. Haben wir es bald. Die sind doch aber bloß in der Wüste, oder nicht? Oh, Mist. Die muss ich finden. Das ist echt blöd. Wobei, habe ich die? Sind das Seals, die ich da gefunden hatte? Bist du ein Seeds? Schuhe. Pioite Schuhe. Ich weiß es nicht. Wir können es mal testen. Achso, die Steine. Weg mit euch. Das sind Pflanzen und keine Seeds. Okay. Weiß ich Bescheid. Farm, farm Seeds. Das Geist kann gerne wieder mitkommen. Böhnchen. Das ist nicht so gut. Bohnen sind gut. Solange sind auch gut. Okay. Punkte geben, wollte ich sagen. Und schon waren sie nicht mehr gut. Gut. Gut, gut. Was gibt es vor allem Vitamine? Du? Nee. Aha, Mist. Irgendwo hier. Nee. Nee, 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 nee. Ich glaube, es waren die Beeren, die extra viel Vitamine geben. Mal ganz kurz. Oh, hier liegt noch ein Baum. Wann habe ich den denn bitte gefällt? Gut, dass wir hier ein Beerenfeld im Hinterhof haben. Sehr praktisch. Aber mehr Beeren können nie schaden. Es gibt aber auch immer so viele Beeren gleich aus den Streuern raus. Finde ich auch super. Jam, 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 jam. Beeren, Beeren. So, über 100 Beeren. Das ist hart. Gut, dann mampfen wir mal ein bisschen was. Solange wir noch mampfen können. Okay, perfekt. So, Delay. Ähm. Ganz kurz den überschüssigen Krams wegpacken. Beeren-Seeds. Phil-Wheat. Okay. So. Jetzt brauchen wir die Pitches und ich will mir das Brick-Gedönse angucken. Mal eben kurz eine Schaufel Sand schnappen. Ein paar Pitches bauen lassen. Hat die hier hinten noch die Kiste? Nee, ne? Ach, Mist. So. So. und kann jetzt eben noch nicht nicht die kiste mitnehmen schade es könnte langsam ruhig wieder hell werden, also da hätte ich jetzt gerade nichts gegen es ist doch dunkel, weil bei mir vor allem die Sonne scheint und somit es auf meinem Bildschirm natürlich wieder mal noch dunkler aussieht als es eigentlich ist gut, viel sehen müssen wir gerade zum Glück nicht Mr. Rolf so, nur kurz gucken, was wir die richtigen Pitches bauen also verschiedene Pitches, dass wir nicht die falschen bauen so, was brauche ich denn? für die Bricks brauche ich die Pitch Pitch also die ganz normalen, heißen die Masonry Pitches irgendwie so es gibt noch zwei andere so, Pitch Pitch Masonry Pitch zehn Stück wunderbar also ein Sand gleich ein Pitch wunderprächtig so, 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 so ah, ja Stove Bakery Oven Mill kann man bald mal demnächst eine Backstube bauen quasi mit allem, was man so zum Kochen braucht das wäre ganz cool Chimney Top was machen wir mal mit dem Chimney Top Quarry kann man glaube ich auf ein Kiln draufpappen keine Ahnung ich weiß nicht mal ob man die Bricks überhaupt nutzen kann als Baugerät die nehme ich auch gerne gleich mit ich habe gar keine Steine, wa? und mehr Power brauche ich auch aber Kohle habe ich gerade nicht ähm Bricks Steinchen was ist ein Aquädukt? und was kann ich damit machen? also natürlich Wasser transportieren das macht Sinn aber wir müssen dringend buddeln gehen, Freunde ganz dringend buddeln gehen wir müssen dringend, dringend buddeln ob man inzwischen Kammern und anständige Stufen bauen nun denn erstmal müssen wir hier anständigen Weg bauen das Problem ist ich ist jetzt schon voll ernsthaft ach serious ach Mist zu schwer Bock Mist egal, wir können es mal da hinten auch ein bisschen Steine klauen für die ersten Bricks und dann gucken wir uns das Ganze mal an vielleicht kann man damit wirklich noch was bauen das wäre schön dann kann man nämlich aber ich meine die Bricks waren nämlich die schönen die nicht ganz vollen Blöcke können wir das Holz austauschen so ach shit keine Steine mehr aber wir können hier noch Steine rausklauen die wir noch nicht nutzen können yay weil es noch ein Eisen fehlt yay so Bricks 10 5 Bricks für 10 Steine ja wir gucken mal ob es die richtigen sind dann können wir das Ganze auch günstiger machen was bei dir passiert Anzeige Back so okay schön was sagt denn die Zeit die Zeit sagt noch ist Zeit aber ich muss mir ganz kurz mein Näschen säubern hier die Weltkältung hinterlässt immer noch meine Spuren nicht sehr schön so was können wir denn achso nee wir müssen erstmal vorher Sachen besorgen ähm tja das Problem ist halt Stufen was können wir denn Stufen bauen wir können Holzstufen bauen Wood Stairs wir können Steinstufen sicherlich bauen wie viel kostet die denn Stone Ramp keine Steinstufen Shit gab es hier drin Steinstufen zumfällig Oh kein Fuel mehr hat aber verlangt lang gehalten eigentlich Na nicht hier Stein hochgehen Fuel Alle öpp bitteschön Okay Blumen Glas und Glasworking 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 nein ähm Glasworking da können wir es endlich lernen flippt stimmt so Glasworking wunderbar du bist Glasworking Speed achso stell das frei äh Decreased Sand kostet bei 20% nehm ich für 2 Punkte für 4 Punkte nehm ich auch die 50% oder die 35% Speed ich glaube so lange braucht es nicht eine Minute für ein Glas ist glaube ich okay äh halt stopp ähm direkt mal mitnehmen hier und testen da bist du sowas jetzt oder bist du es nicht das ist die oh ja du bist es du bist oh yeah das wäre cool oh nein doch haha es geht es ist halt nur ein bisschen buggy irgendwie okay hey cool 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 das heißt wir müssen jetzt ordentlich Steine fördern und dann äh es wird alles gut gut das lagern wir mal ganz kurz hierzwischen hab ich noch Steine hab ich noch und Mordtatgedönse Steine dürfen wir gerne äh den Killen und die Dinger kommen brauchen wir eine Lagerkiste mal demnächst aber erstmal hab ich die Kiste dabei ne die hab ich in den Sand gestellt ne opala stimmt ja gut wir müssen ich gehörn das Karte ist halt das Problem vielleicht mach ich die Quarry doch erst so dass ich hier oberhalb alles abgrase wobei ich muss halt ach diese Steine sind doch scheiße lass es doch sein können wir vielleicht mal ganz kurz das hier entfernen ist ja schrecklich ach scheiße jetzt steckt das scheiß Ding fest das gibt's doch gar nicht das Kacke na komm schon komm schon jetzt stop it oh nein sorry Kart aber du steckst grad echt scheiße fest was hat das so ne große Hitbox ach Kacke lass mich den Stein kaputt machen bitte ach Mensch darf ich jetzt bitte jetzt wichtig mein Gott nur aber einiger ganz schön widerspenstig so ach das ist ein Hirsch ein Elch ein Hirschelch der berühmte berüchtigte na nicht stecken nicht feststecken ah stecken rüber jetzt danke herrje bitte es ist ruhig bei ihr ach okay ab in die tiefen tiefen des nächsten neuen Schachtes können wir vielleicht mal nicht in den Wagen reingreifen wenn wir nach vorne gucken danke sehr freundlich oh man aber ihr habt auch Deadbrams dabei nö ne aber dann kann ich mal solche neue machen das heißt jetzt erstmal buddeln bis der Arzt kommt gleich hier zwischendurch in den Kanten mal so ne Treppe bauen nach unten dass man nen kurzen Weg steiler nehmen kann zudem ist halt hinten an der kleinen Crawl die wir schon gemacht haben ist dass wir halt inzwischen so weit also so lange nach oben rennen müssen mit dem Kart wobei so lang ist das eigentlich gar nicht vielleicht sollte ich das dann nochmal weitermachen vielleicht vielleicht okay nope 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 oh 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 mach keinen Scheiß mach keinen Scheiß mach keinen Scheiß oh 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 drehen ist nicht drehen ist nicht oh kacke oh alles wird gut alles wird gut ein Tiefer ach komm schon Kart please hier mussten wir hin jawohl so ich glaub wir nehmen doch die Tiefe ist vielleicht doch einfach besser da steht noch ne Kiste hier hab ich nochmal zwischendurch bisschen gebuddelt gehabt genau ähm die Steine würde ich direkt mitnehmen so hier ist noch ein bisschen Gold aber Gold ist erstmal unwichtig wir brauchen Eisen hier ist noch Stein drin ja äh ja ja doch machen wir weiter und wenn ich den einen Steinhaufen direkt mal entfernen gehe dann könnten wir die Kiste direkt versetzen ein Tiefer ist halt von nach unten äh von hier unten bis nach da ganz oben schon recht weit ist es rumgehüpfe aber vielleicht würde es hier doch lohnen irgendwie okay dann tun wir das kurz abschaufeln und dann einmal hier unten rein so Kiste na komm so ist brav okay nope na komm dass man das auch quasi neben die Kiste setzen kann das ist echt verkloppt so hofft dass wir bald auf Eisen stoßen ich hab nämlich keinen Bock ewig zu buddeln eigentlich die haben jetzt wieder keine Musik lasse es doch sein gut berufsdemo das wird übrigens auch gerne wegmachen da fällt sowieso schon wieder auf die Kiste so ab in Tiefe ich weiß gar nicht wie groß oder wie häufig Eisen und Co vorkommen aber ich glaube die vorkommen selbst sind glaube ich relativ groß immer wenn wir Eisen finden sollten dann haben wir auf jeden Fall schonmal natürlich das zum forschen fertig und sicherlich auch die ersten Ingots die wir dann brauchen für Diversitäten zum Beispiel die Sommel in denen wir dann endlich Lamba machen können und dann ganz viele neue Sachen kaufen können damit es wird grandios oh hoppala Entschuldigung so hier ist erstmal nur gerne in der Leere dass die Kiste nur eine kleine Reichweite haben ist gemein so ich hätte wahrscheinlich ein bisschen Ostgreen buddeln müssen weil man hier gerade irgendwie gar nichts findet das ist ein bisschen blöd gut aber immerhin gibt das schonmal ordentlich Stein perfekt so viel Stacks hier hoppala das darf ich hier schonmal mitnehmen wie möglich die Kiste muss auch eigentlich mal wieder mit aber du musst auch voll mit Dirt und Shit so vielleicht hast du Spam 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 zu heavy mal wieder okay dann ab nach Hause dann gucken wir uns mal ein bisschen an wie Sprick Wandgedönse aussieht es wird toll denke ich oh yeah oh yeah zwitsche zwitsche Vögelchen aus Milch ich komme so zack ist los schwupp dann Bricks Sturridge Bricks halt stopp das kommt raus das achso ähm ja gut du willst gerade keinen Raum ich weiß zack 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 äh okay nicht ganz optimal das müssen wir noch irgendwie bisschen hübscher machen sieht es aus wenn ich es so mache äh ähm so ist glaube ich besser das Dach bleibt und wir nehmen uns die Bricks als Wand wenn das nicht wäre sieht es echt gut aus kriegen wir noch hin tust du arbeiten du tust arbeiten sehr schön okay ich würde sagen wir sehen uns in der nächsten Folge wieder bis zum nächsten Mal und screenshot tschüssi dann du tust bist du tss holen flush ich helfe w Bis zum nächsten Mal.